Hallo. Heute machen wir wieder ein Video und eine Challenge. Die 7 Sekunden Challenge. Also jeder hat drei Sachen aufgeschrieben. Jeder hat dann drei Zettel drin. Ja, wir machen so jetzt. Du bist ja wie immer. Bei der Whisper ist das viel. 7 Sekunden Handstand mit Hilfe. Ich bin die Hilfe. Ich bin die Hilfe. Ich bin glücklich, dass ich das mitbekommen hätte. Hast du das geschrieben, Charlotte? Ja, das ist gut. Ich bin dann hier. Ja, okay, ich filme. Wie auf dem Bett? Ja, klar. Wie kann man das denn hin? Zieht man uns? Du rufst mal den rein. Jetzt ist Akrobatik. Warte, 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 die Zettel. Egal. Nicht hinfallen, bitte. Drei, zwei, du zählst, ne? Und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist aber ein Handstand. Das ist aber ein Handstand. Charlotte, du hast es geschafft. Das ist der Handstand gewesen. Aber egal. Egal. Jetzt wieder hin platzieren. Das war ja mehr bestroffen für mich. Aber ein bisschen drüber. Rutschen! Okay, gut, ich bin dran. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Ich hab ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Ihr nehmt bisschen viel Platz, findet ihr nicht? Ja, was soll ich denn warten? Das ist vor allem du. Fünf Shorts anziehen. Das machen wir. Ja. Die sind dran. Scheine. In sieben Minuten anziehen. Wie? Fünf? Ja. Scheiße. Klaro. Ey. Also stell sie auf. Ich zähle. Warte, darf ich sie wenigstens auch so hinlegen, dass ich sie... Ja. Nehmen kann. Warte, ich mach aber auch alle Knoten ab. Nicht, dass ich nicht mehr reinpasst. Okay. Warte. Okay. Drei. Zwei. Eins. Los. Du hast schon Melonen. Das geht's auch gar nicht. Ich passe nicht rein. Nein. Fertig. Sie hat nicht mehr einen geschafft. Ja, aber ich hab den Kloppen nicht aufgemacht. Das nervt mich. Okay, gut. Okay. Das hörst du mit den Shorts, ne? Ja. Leg den wieder in meinen Schrankseite. Nein, das machen wir nicht. Okay. Okay. Jetzt haben wir den. Du bist dran. Du bist dran. Ja, du hast zwei. Ich mach zwei Aufgaben mit Arme. Ja. Also das ist sieben Sekunden Luft anhalten und herumspringen. Yeah. Das geht noch. Das ist toffer. Geh mal aufs Bettchen da mal. Keine Sorge, ich atme nicht. Drei. Zwei. Mach die Nase vielleicht auch noch zu. Los. Zwei. Drei. Vier. Dein Mund zu. Fünf. Sechs. Sieben. Fertig. Voll schwierig. Findest du? Ja. Also ich hab das schon locker geschafft. Ja, wie auch. Zwei Runde. So. Ja, jetzt bin ich dran. Boah, ich hätte das nicht geschafft, glaub ich. Doch. Doch. Ich hab letztes Mal 23 Sekunden. Ja, aber nicht herumspringen. Ja, okay. Versteh drauf, ne? Sieben Sekunden Assi-Spiel. Okay, drei, zwei, eins, los! Ey, du! Ey, du bist von der Opfer geworden, ey! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ey! Chill dein Leben, Digga! Du bist Digga! Digga! Halt die Digga-Fresse! Okay, stopp, die Sekunden sind fertig. Ich hab' nicht mal gezählt. Okay. Ist aber kein Riecht für dich ausgeladen. Seben Sekunden lang in das Kissen mit dem Kopf hauen. Das krieg' ich, glaub' ich, noch hin. Hier! Au! Das war schon mal eigentlich das, ey! Ne! Drei, zwei, eins! Eins! Mit dem Kopf in den Kissen und mit dem Kissen in den Kopf! Finish! Hau auf mit der Scheiße! Ja, sie ist wohl dran. Ne, ist an mir. Sie hat's gerade gemacht. Ah, ja. Also, ich muss jetzt, dafür brauch' ich ihr Handy, weil meins ist da. Was musst du machen? Auf Beiber, auf Beiber muss ich fünf von ihren Kontakten ich senden. In sieben Sekunden? Ja. Ich mach' auch so eine zweite. Jedem? Oder? Ne, fünf Kontakten. Ah. Okay. Ich nehm' die ersten fünf, die dann. Was? Ich schreib' dir selbst. Ja, ich hab' mir selbst sicher. Drei, zwei, eins, los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Scheiße, ich hab' nur drei geschafft! Das ist auch so kompliziert! Tschüss! Du bist dran. Komm jetzt, warum? Oh, wir haben nur fünf Minuten bis jetzt. Sechs Minuten. Das ist ein kurzes Video. Was machen wir danach? Zwei Puchzellbäume. Nach vorne und nach hinten. Gott! Ich wollte das sagen. Zwei nach vorne und zwei nach hinten. Was? Ich wollte das sagen. Ich wusste gar nicht, was ich geschrieben habe. Okay. Drei, zwei, eins, zwei, zwei, ja. Drei, vier, fünf, yes! Scheiße, ich hatte noch eine Karte. Sekunde. Jetzt ist es an dir. Nein, Sekunden. Das nennt man. Das ist von denen. Ich muss noch nie wagen. Okay. Fortsetzung. Fortsetzung. Okay, gut, 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 gut. Ich hab jetzt ein Lied. Das ist von dir, weil das ist so klein gedreht. Oh nein. Ne, das ist von mir. Ein Lied komponieren über die Schule. Scheiße. In sieben Sekunden ein Lied komponieren. Oder wie immer. Oh, einen Moment. Darf ich nur ein bisschen kurz nach? Ne. Drei, zwei, eins, los. Oh, liebe Schule. Ich lerne so viel in dir. Deutsch, Französisch, Mathe. Und macht mich glücklich hier. Sehr gut. Keine Ahnung. Okay. Das ist an mir. Ich nehm das letzte. Ich weiß schon, was das ist. Ne, das ist von dir. Das ist von dir. Ne, das ist von dir. Das ist von dir. Okay. Wir haben keine Couchbox-Streifen. Deswegen nehmen wir Pera. Also, auf die Hand. Wir haben auf die Stirn gesagt, ne? Die Stirn. Auf die Stirn. Also, ich... Au. Das war jetzt schon du getan. Auf die Stirn. Auf die Hand haben wir mehr Haare. Ach, jetzt ist es zu spät. Ich reib jetzt sieben Sekunden. Ne, ich reib. Oh nein, ich reib und du ziehst. Okay. Eins, zwei, drei. Reicht das nicht, Tobi? Zwei, fünf, sechs, sieben. Charlotte, komm doch auf hier. Okay, jetzt musst du, jetzt musst du aufziehen. Ja, jetzt musst du aufziehen. Okay. Ja, ich weiß. Okay. Ist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Das hat gar nicht weh getan. Ja, aber das kann man nicht machen. Okay, wir haben keine Couchbox-Streifen, deshalb... Tja, dunkel auf. Ist halt so. Hey, wir sind fertig. Fertig. Ja. So. Das war lustig. Sollen wir doch nicht bestoffen? Nö. Egal. Schauen wir bis ins nächste Video. Und tschüss. Tschüss. Tja, 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 Tja.